Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hallo zusammen, willkommen bei Kapitel 8.2, die hessische normalen Form, mit der beschäftigen wir uns später. Jetzt eine kurze Wiederholung zu dem, was wir letzte Stunde gemacht haben. Herr Thein, was war denn das nochmal? Ja gut, letzte Stunde ging es um das Abstandsproblem Punkt Ebene, also die Frage, wie weit ist ein Punkt von einer Ebene entfernt? Richtig, und wir haben dazu hier auch schon mal eine Skizze gemacht, und zwar genauso, wie ihr auch immer Skizzen machen sollt, wie wir zu euch sagen, macht dazu doch mal eine Skizze. Wir haben einen Punkt R irgendwo eingezeichnet und eine Ebene irgendwo eingezeichnet, so als Parallelogramm, wie ihr das einfach machen sollt. Von der Ebene haben wir den Schutzvektor und den normalen Vektor hier eingezeichnet als der Punkt P und den normalen Vektor als Pfeil eingezeichnet senkrecht auf der Ebene. Wunderbar, ja, und jetzt brauchen wir den Abstand. Machen Sie mal. Ja, den Abstand, das ist die Frage, wie könnte man den einzeichnen? Wir könnten sagen, okay, hier runter ist der Abstand, wir könnten den Abstand auch so hier schräg rüber machen und den Abstand. Theoretisch hat auch den Punkt eigentlich unendlich viele unterschiedlich lange Abstände zu einer Ebene, oder? Ja, theoretisch haben Sie recht. Mathematisch ist immer, wenn nach dem Abstand gefragt ist, nach dem kürzesten Abstand gefragt, nämlich nach genau dem hier. Das ist der kürzeste Abstand von R zur Ebene E. Und Sie sehen auch was, diese blaue gestrichelte Linie, die hat, da gilt für die was. Die hat eine besondere Eigenschaft, nämlich das ist, diese gestrichelte Linie hier ist senkrecht zur Ebene. Richtig, genau. Und wenn wir jetzt mal diese blaue Linie nach oben, nach unten noch ein bisschen weiter verlängern, dann haben wir eine Gerade, G. Dann sehe ich aber manche fragen, ja, diese Gerade, G, wenn wir die jetzt wirklich aufstellen wollen, als Formel in Parameterform, wie kriegen wir die hin? Was ist unser Stützvektor, was ist unser Richtungsvektor? Also, um einen Stützvektor von der Geraden zu haben, brauchen wir einfach irgendeinen beliebigen Punkt der Geraden. Den haben wir, das ist R. Ah ja, klar. Gut, das heißt, wir haben einen Stützvektor, jetzt fehlt uns nur noch der Richtungsvektor von der Geraden. Und es gibt hier etwas, das in die Richtung der Geraden zeigt. Ah ja, natürlich, da die Gerade ja orthogonal auf E ist und der normale Vektor der Ebene ja auch orthogonal zur Ebene ist, nehmen wir einfach den normalen Vektor von N als Richtungsvektor und haben den Richtungsvektor. Genau. Gut, dann haben wir unsere Gerade G aufgestellt, perfekt. Jetzt interessiert uns, wo schneidet die Gerade die Ebene? Das heißt, wir müssen G mit E schneiden und kriegen F, unseren Lotfußpunkt. Wunderbar. Und jetzt haben wir eigentlich fast schon alles gemacht, oder? Ja, denn jetzt können wir sagen, okay, der Lotfußpunkt ist ein Punkt auf der Ebene. Das heißt, wenn ich jetzt den Abstand berechne zwischen dem Punkt R und dem Punkt F, etwas, was wir schon seit sehr langem können, dann habe ich automatisch den Abstand zwischen R und der Ebene. Ich habe also dieses große Problem, Abstand, Punkt, Ebene, runter reduziert auf das Problem Abstand, Punkt, Punkt. Das kann man zwar alles ausrechnen, haben wir beim letzten Mal auch mehrfach gemacht, ist aber ein relativ langes Verfahren. Hier nochmal in Kurzform die einzelnen Schritte, die gemacht werden müssen. So, als erstes stellen wir die Gerade G auf, als Stützvektor nehmen wir den Punkt R und als Richtungsvektor nehmen wir den normalen Vektor der Ebene. Gut, dann schneiden wir G mit E und kriegen unseren Lotfußpunkt F raus. So könnt ihr es auch ganz schnell inschreiben. Und dann ist unser Abstand ER, also Ebene zum Punkt R, ist der Abstand FR, also Lotfußpunkt zum gesuchten Punkt R. Gut, dieses Verfahren ist recht anschaulich, dauert aber relativ lang zu rechnen. Wir kommen jetzt zum Verfahren, was nicht so anschaulich ist, was aber schneller zu rechnen ist. Genau, und das sehen wir gleich. Wir starten mit einer Definition, eine Ebenengleichung der Form E im Doppelpunkt, Groß X minus Groß P in Klammer, mal N0 gleich 0, mit dem normalen Einheitsvektor N0 heißt hessische normalen Form. Wir haben also hier eine ganz normale, normale Darstellung einer Ebene, neu ist der normalen Einheitsvektor, einfach ein normalen Vektor, der als zusätzliche Bedingung, wir erinnern uns, als Betrag die Länge 1 hat. Dann haben wir folgenden Satz. Jetzt gilt für den Abstand D eines Punktes R von der Ebene E folgendes. Diese Formel, damit können wir es einfach berechnen, den Abstand. Im Endeffekt macht man bei der Formel folgendes. Man setzt den Punkt R hier oben statt X ein und dann liefert er uns direkt gleich den Abstand, wenn wir den Betrag davon nehmen. Das ist ideal, wenn wir eine Ebene in normalen Form haben. Wir können aber auch etwas machen, wenn wir eine Ebene in Koordinatenform haben. Darum geht es hier drunter. Da seht ihr die Koordinatendarstellung, dann gilt die Formel, die ihr hier seht. Und diese beiden Formeln sehen jetzt ein bisschen kompliziert aus. Im Endeffekt fallen sie jetzt auch vom Himmel. Es gibt einen Beweis, der ist auf Seite 283 im Buch, mit dem werden wir uns im Unterricht auch noch weiter beschäftigen. So, und euch würden wir jetzt bitten, diesen Regelkasten hier abzuschreiben. Und wir werden anschließend in ein paar Beispielen euch diese zugegebenermaßen noch unverständlichen Formeln etwas näher bringen. Und dann werdet ihr sehen, dass die wirklich ein gutes Werkzeug sind, um schneller zu arbeiten als bisher. Die Aufgaben gibt es in 3, 2, 1. So, wir kommen zu einer ersten Aufgabe. Bestimme den Abstand des Punktes R162 von der Ebene E. Dafür gibt es zwei Beispiele. Einmal die Ebene in normalen Formen und einmal die Ebene in koordinalen Formen. Wir wollen die mit euch zusammen anschauen, auch um die Formeln von eben besser zu verstehen. Erster Schritt, Aufgabe an euch. Sucht aus dem Regelkasten von gerade eben für jede Aufgabe die dazu passende Formel und natürlich die nochmal in einer anderen Farbe passend drunter. Dann haben wir zumindest schon mal die Grundvoraussetzungen, um die Aufgabe lösen zu können. Und diesen Schritt gibt es in 3, 2, 1. Wenn ihr die Formeln richtig zugeordnet habt, sollte das Ganze jetzt so aussehen, beziehungsweise so aussehen. Und wir konzentrieren uns jetzt zunächst mal auf Aufgabenteil A. Haben wir denn alles, um Abstand D mit dieser Formel ausrechnen zu können? Ja, den Punkt R, 1, 6, 2 haben wir. P ist das Schützvektor der Ebene, haben wir auch, 3, 2, 0. N haben wir auch, den normalen Vektor der Ebene, 2 minus 2, 1. Ach ja, wir brauchen ja den einheitsnormalen Vektor. Wissen wir also den normalen Vektor auf 1 zu minimieren? Haben wir im Video 7.3, Länge von Vektoren übrigens gemacht. Wer es nicht mehr wisst, da mal nachgucken. Wir berechnen jetzt erstmal den einheitsnormalen Vektor. Genau. Und die Lösung von dem gibt es in 3, 2, 1. So, der Betrag von N ist 3 und damit ergibt sich der normalen Einheitsvektor 1 Drittel mal 2 minus 2, 1. So, jetzt haben wir aber wirklich alles, um unseren Abstand D zu berechnen. Das heißt, das Ganze alles hier einsetzen und D ausrechnen. Probiert es mal, die Lösung gibt es wieder in 3, 2, 1. So, wenn man das Ganze einsetzt und ausrechnet, müsste für den Abstand D 10 Drittel rauskommen. Wenn das bei euch nicht rauskommt, vergleicht es mal, die einzelnen Schritte. Irgendwo wird dann etwas Kleines schiefgelaufen sein. Das soweit zu A. Dann kommen wir zu B. Hier muss wieder eingesetzt werden, wieder die gleiche Frage. Haben wir denn alle Informationen dafür? Ja, hier ist das Schöne. Hier haben wir wirklich alle. Denn unser R1, R2, R3 ist das vom Punkt 1, 6, 2. A1, A2, A3 sind die Zahlen vor dem X1, X2, X3. Also 1 minus 2, 4. Das B ist unsere 1. Wir haben vorher immer D genannt. Das ist B. Und das Schöne ist, hier brauchen wir auch gar nicht mehr den Einheitsnormalenvektor ausrechnen. Weil hier in dem Bruch, um das ein bisschen zu erklären, steht schon, dass wir durch den Betrag vom normalen Vektor teilen. Und im Nenner wird der Betrag des normalen Vektors ausgerechnet. Das heißt, wir können direkt einsetzen alles und kriegen die richtige Lösung raus. Macht das mal. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wenn man das Ganze richtig ausrechnet, sollte man auf 4 durch Wurzel 21 kommen. Das ist in dem Fall auch wirklich die exakte Lösung. Wenn man das jetzt alles natürlich hier oben schon in den GTR eingetippt hätte, hätte man 0,87 raus. Dabei ist Hinweis an euch, das kommt immer ganz darauf an, wo diese Aufgabe jetzt auftaucht. Wenn wirklich nach der genauen Lösung gefragt ist, müsst ihr auch das hier angeben können und von Hand dahin kommen. Dateien hat auch absichtlich das unterschrieben, weil wirklich das das Ergebnis ist, was ihr wirklich lassen könnt. Das ist viel genauer, exakter, das hinten dran ist nur ein Rundungswert. Okay, zur nächsten Aufgabe. Aufgabe 2. Gegeben ist die folgende Ebene. Bestimme zur Ebene E parallele Ebenen, die von E den Abstand 3 haben. Parallele Ebenen gibt also 2. Ihr seht auch schon, wir haben eine Skizze gemacht zur Hilfe. Eine Skizze ist ja eh immer gut, wie das aussehen sollte. Herr Teilen, was gehört zu einer Skizze? Grundsätzlich nicht nur die Ebene zeichnen, sondern da gehört ein Stützvektor dazu und da gehört ein normaler Vektor N mit dazu. Und dieser normalen Vektor, und das ist das Gute, dass wir jetzt die Skizze gesehen haben, das ist nicht nur der normalen Vektor von E. Dadurch, dass E1 und E2 parallel zu E sind, müssen die denselben normalen Vektor haben. Haben wir hier versucht darzustellen? Genau, der muss nicht immer an genau dieser Stelle übereinander liegen. Irgendwo an dieser Ebene sitzt eben der normalen Vektor. So, das heißt also, wenn wir zum Beispiel mal die Ebene E1 rausnehmen, die hat denselben normalen Vektor wie E. Und damit sollte es euch eigentlich leicht fallen, zumindest einen Teil der Koordinatengleichung von E1 schon mal hinzuschreiben. Wir machen das auch und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir sehen also, uns fehlt nur noch das K. Das heißt, im Endeffekt fehlt uns eine Art Punkt der Ebene. Ein Stützvektor. Irgendein Punkt, der auf dieser Ebene liegt. Irgendein Punkt, der ist gesucht. Können wir auch hinschreiben. Das gesucht ist ein beliebiger Punkt R mit den allgemeinen Koordinaten R1, R2, R3 aus der Ebene E1. Wir haben ihn hier auch in die Skizze eingetragen. Und wir wissen auch was von dem schon direkt? Wir wissen, dieser Punkt hat von E den Abstand 3, dadurch, dass die gesamte Ebene E1 den Abstand 3 hat. Also hat auch R den Abstand 3. Und jetzt merken wir, wir kommen jetzt langsam in den Bereich, wo wir mit der hessischen normalen Form arbeiten können. Denn da geht es immer um den Abstand von Punkt Ebene. Und jetzt haben wir einen Punkt, nämlich R. Wir haben eine ursprüngliche Ebene E. Und wir wissen schon, jetzt kommt der Abstand 3 raus. Das heißt, wir gehen jetzt mal diese hessische normalen Formen von der anderen Seite her an. So, wir haben das Ganze auch mal aufgeschrieben. Hier, wir haben den Abstand R zu E. R war dieser beliebige Punkt aus E1. Und das ist die Ebene E. Der Abstand ist 3. Und jetzt haben wir diesen beliebigen Punkt R in die hessische normalen Form zu der Ebene eingesetzt. Das heißt, weil wo hier x1, x2, x3 steht, muss hier stehen R1, R2, R3. Im Endeffekt, minus b, also minus 5. Ja, und hier darunter, wie es halt gehört bei der hessischen normalen Formen, Beträge nicht vergessen, die sind wichtig, ganz wichtig, ist gleich 3. So, wir haben eine Gleichung, die schon ein Ergebnis hat, nämlich 3. Das heißt, wir könnten doch jetzt einfach die Unbekannten bestimmen. Problem ist allerdings, eine Gleichung, drei Unbekannte, das wird jetzt schwierig. Wir müssen aber gar nicht diese 3 bestimmen. Denn wie kam dieser Punkt R überhaupt zustande? Diesen Punkt R haben wir uns überlegt als irgendeinen Punkt aus E1. Und was muss gelten? Naja, wenn ich R hier oben einsetze, dann kommt K raus. Wenn ich also mache 12R1 plus 6R2 minus 4R3, dann gibt das K. Ah, jetzt gehen wir mal runter in die Formel. Genau das steht hier. Also alles, was hier steht, könnten wir ersetzen durch K. Dann haben wir nur noch eine Unbekannte, nämlich das K. Das wir ja auch eigentlich suchen, damit die Ebene im Gleichung vollständig ist. Und dieses K können wir bestimmen. Also, ersetzt das hier vorne durch K, löst nach K auf und wir schauen uns die Lösung an. In 3, 2, 1. So, ach, das war schwierig. Wir gehen es mal langsam Schritt für Schritt durch. Also, der Betrag von K minus 5 durch 14 ist 3. Soweit hat es der Teil erklärt. Jetzt wird es ein bisschen schwierig wegen den Beträgen. Noch ist erstmal kein Problem. Mal 14 können wir einfach machen. Dann steht da, K minus 5 ist 42. Und wir wissen, der Betrag von 14 ist auf jeden Fall positiv. Deswegen können wir das machen an der Stelle. Richtig. Aber ab jetzt müssen wir unterscheiden. Weil dieses Ergebnis, was hier innen drin ist, das kann entweder 42 sein. Dann ist alles pass. Wunderbar. Dieses Ergebnis hier innen drin kann aber auch minus 42 sein, weil durch den Betrag kommt das Minuszeichen weg. Das heißt, wir machen eine Fallunterscheidung. Also, erster Fall, K minus 5 ist 42. Zweiter Fall, K minus 5 ist Minus 42. Im ersten Fall kommt dann raus, K1 ist 47. Und die Ebene sind folgendes. Und beim zweiten? Beim zweiten Fall, eigentlich nicht sonderlich viel schwieriger, wieder bringen wir das 5 auf die andere Seite rüber. Dadurch, dass dieses Mal bei Minus 42 steht, steht dran, K2 ist Minus 37. Und wir bekommen diese zweite Ebene-Gleichung. Und wir haben automatisch, ohne dass wir die zweite Extra hätten, machen müssen, beide Ebenen raus, die gesucht waren, nämlich E1 und E2. Und ich bitte euch, auch wenn ihr dieses Beispiel jetzt verstanden habt, oder denkt es verstanden zu haben, es ist relativ schwierig, probiert nochmal, euch nur die Aufgabenbeschreibung aufzuschreiben, jetzt nochmal selber konkret zu rechnen. Das bringt wirklich viel, weil es ein schwieriges Beispiel ist. Auch für das Verständnis von zukünftigen Aufgaben. Aufgabe 3. Gegeben sind die Ebene E und die Gerade G. Und es sollen diejenigen Punkte auf G bestimmt werden, die von E den Abstand 6 haben. Macht euch erstmal Gedanken darüber, was wir vielleicht über so einen möglichen Punkt auf G wissen könnten. Eine kleine Erklärung dazu gibt es in 3, 2, 1. So, jeder Punkt auf G ist ein sogenannter allgemeiner Punkt auf G. G, den kann man auch so darstellen. Ein Punkt R auf G hätte allgemein auf jeden Fall die Koordinaten 2 plus R, 3 plus R und minus 5, da fällt euch die 0 weg. Das wären die allgemeinen Koordinaten jedes Punktes auf G. So. Der Abstand von diesem Punkt R zu E muss 6 sein. Und jetzt geht es ganz genauso wie in Aufgabe 2. Schaut nochmal nach, wie wir es da gemacht haben und probiert es selber hinzukriegen. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir haben R in die hessische normale Form eingesetzt, haben ausgerechnet, weiter vereinfacht und kamen dann unten auf der Betrag von 3 plus 3 R ist 18. Hier müssen wir wieder die Fallinterscheidung machen, da müssen wir dran denken. Und dann kommen wir auf R1 ist 5 und R2 ist minus 7. Ja, und dann kriegen wir dadurch die beiden Punkte. R1, 7, 8 und minus 5. Und R2, minus 5, minus 4, minus 5. Gut, das war es für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau.